Ah! Ah! Warte es dann! Gehts noch? Ich habe einen Süd für dich! Hä? Hä Böber! Hallo und damit herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Tobias B.Games. Ich bin der Tobias, bin 18 Jahre alt und ich werde hier auf meinem Hauptkanal hauptsächlich Gaming-Videos hochladen. Das ganze mache ich als Hobby, also letztlich nicht 7 Uploads, die Woche sind vielleicht mal so alle 2 Wochen ein Video oder einmal die Woche ein Video. Also Minecraft, GTA Roleplay, Eurotrack Simulator und auch Nintendo Games, so wie Newscore Mario Bros. oder Mario Kart zum Beispiel und sowas querbeet eigentlich alles, was mir so über den Weg läuft, werde ich spielen. Das ganze wird dann so gegliedert sein, dass es zwei Arten von Playlists gibt, einmal Let's Plays und einmal Let's Games. Das wird dann so sortiert sein, dass alle Spiele, die eine feste Story haben, ein Let's Play sind und alle Spiele, die quasi keine feste Story haben, ein Let's Games sind. Das wird auch teilweise mit meinem Freund stattfinden, mit einem Kollegen von mir hat er auch einen YouTube-Kanal, den werde ich mal verlinken in der Beschreibung. Auf meinem zweiten Kanal wird es sowas geben wie Windows Tutorials oder wie schneide ich Videos, um die auf YouTube hochzuladen oder wie baue ich einen PC um, welche Teile kann ich dafür benutzen und vielleicht auch Outtakes von den Hauptkanal-Videos. Jo, das war eigentlich alles, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. bis dann.